so und die kiste auf jetzt glaube ich, ich trotz im vollen da komme ich auch schon richtig, ich brauche die Pizza nicht unbedingt eigentlich mehr, so ist auch egal ich habe mein Bett, das ist unser Mechler drüben, hatte ich gesagt, sonst habe ich auch genug mit was tun, ist auch ok, so Windis, wollten wir ja was mitnehmen, ne? so, ich bin hier mal mit, was haben wir denn hier, das sind 3, 4, 3 Stück mitzir da kommt die Fehler, du, und du, und du ebenfalls, was mitzir hier gehen, gehen wir ihr kommt doch so hinterher, nur weil zu ist, ne? ach komm, wir gehen zu Fuß darüber, also hier lang jetzt, nicht durchnähter so, 4 Hunde müssten wir folgen, ne? oh, keine Kiste ich habe Platz dafür, ich habe hier alle mit dabei, ne? ach so, egal, kommt jetzt so, hopp so, warte mal, wie musste ich laufen? ich musste, glaube ich, hier so in diese Richtung, ja? ja, folgt mir Hunde, auf ins Abenteuer wir haben großes vor so dim, 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 dim ach stimmt, ihr wisst immer noch nicht genau, was ich vor habe, ne? naja, das werdet ihr schon sehen dann so so das wirft mir jetzt trotzdem voll zurück Glück 1, nur, ich habe gar nicht hier der Glück 2 irgendwo dabei, oder so, ach hm toll, jetzt habe ich die behutsamen, aber naja jetzt mal die, was ich vor, brauche ich die nicht mitnehmen, ne? so, das weiß ich so, aber hier auch irgendwo, ne? will ich gar nicht so hm da, ein Schwertchen ich habe gedacht, da leuchtet irgendwas, ne? so so das ist das ja gar nicht, ne? na, wir müssen doch mal alles so trockenlegen, ist ja klar, ne? nein, natürlich nicht, nein wo, wo? 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 will sie runter? mal rein ich hab jetzt eigentlich gar nicht wissen, nein nein, nein, ich habe anderes vor, halt was? äh.. demh.. demh... demh.. derhicht... demh.. derhichtmmm... demh.. demh.. derh.. demh.. 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 demh... demnh.. so so Ich bin mal gespannt, wie weit wir reisen müssen, bis wir diesen neuen Biomond sehen. Da bin ich mal gespannt drauf. Und Unterwassertempel und dieses ganze Gedönschen. So, da kommt endlich rüber, endlich rüber, los, los, los. So, wollen wir es nicht, hier muss irgendwo rüber, los, los. So, wir müssen runter, ne? Ich weiß nicht, ja, irgendwas. Ach, wer weiß. Nein, nein, nicht ablenken lassen, nein, nicht ablenken lassen, nein. So. Hm. Ding, 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 ding. Aber. Was gehen wir? Was ist los? Doch, hier ist das doofi, oder das doofli immer nicht. So. Ja, so. Aber gar kein Hesimisch hat's gesehen, oder? Hm, hm, hm. Wie scharf ist das? Ich dachte schon, was flügt denn da aus, das ist das denn? Wir nehmen Gras raus. So, guck mal, komm. Machen wir mal, was wir hier wieder für total überteilte Preise haben wollen. So, mein lieben Dorfbewohner. Hm? Na, da haben wir schon mal einen hier. So. Hm, hm, hm. So. So was bietet irgendwie denn so, ne? Hm? Ja. Ja. Und du? Gut. Ja. Ich hab' mir schon, ne? Ja. Was hatten die alle? Ja, ich weiß noch welchen. Ach, warum tummeln sie sich alle? Oh, hier ist der ganze Haufen. Ja, macht ihr Geschäfte, ne? Äh. Wie ist das nur? Ja. Apfel. Ja, ja, ja. Ja, aber die Geschäfte machen. Ja, auch. Du warst ja wieder Apfel, ne? Und du? Ein Kompass. Für elf Zmaragde. Jo, Alter, alles klar. Ja. Ja. So ist jetzt irgendwo was vielleicht, hm? Apfel. Ja. Ja. Nichts Tolles, ne? Ich hab' mir schon gehabt, ne? Ja. Alles so wolle. Eins wagt für siebzehnweise wolle. Ja, gut, okay. Das geht ja vielleicht doch aber. Eins wagt bloß. Hm. 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 Wo war das? So, die Hundis. Die bin immer mal da drüben hinten, ne? Dass die auch welche sitzen können. Nö. Da hat's nicht wirklich gelohnt jetzt hier bei denen, ne? Ja. Wo ist das? Ja. Da ist das, was ich hier noch mal rumgegeben. Da war das mit dem Brot gewesen, ne? Dann kann man hier noch mal rumgehen, ob hier noch mal eine Stück irgendwo, ne? Ah, ne, ne? Oh, Pferdchen, Pferdchen, ich hatte da gehört, wüsste... Hm, na jetzt, Gott, okay, also nicht da, also geht's weiter... Erstmal rüber, wieder nach Hause, durch das Wüßchen da hinten, ne? Und dann kommt's wieder da auf die Hände zu, wir haben ja noch einen Schlauch, dass ich diesen einen Ort dann gleich wiederfinde, weil ich mir zumindest denke, dass das ein guter Startpunkt ist, weil er spart man schon mal auf jeden Fall etwas Weg. Ach, da oben ist unser Leuchtfeuer. So, hopp. Oh, hier haben wir was essen, ne? Mhh, ach, der da, mhh, dann. Hopp, 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 hopp. Ah, das ist doch schon, ich sehe es doch schon ein Stückchen. So. So. Mhh, mhh, mhh. Hopp, 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 hopp. Aber es ist eigentlich wirklich so, nochmal darauf zurückzukommen, ne? Jetzt habe ich eben gerade... Naja, die behutsame Spielzeige bekommt, ne? Also, wenn er wollte sie so vorher immer haben, jetzt wo ich was anderes vorhabe, ne? Wo ich sie eigentlich jetzt nicht brauche, jetzt kriege ich sie, ne? Das ist doch... ...nicht zu lang. So. Ach, auch schon bald nicht mehr hier gewesen, ne? So. Oh, ihr werdet auch noch ein bisschen weiterbauen müssen, ne? Hm. So, komm jetzt. Und so schön, das kleine Ferienresidenz. So. Ist das auch dieses komische... Das Portal ist ein komischer Bugger, ne? 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 Zu halb leuchtet, ne? Ist jetzt auch dunkel, ne? So. Ach, ja. Ist schon eine Weile her, wo wir hier rumgelaufen sind. So, einmal um das ganze Ding hier rumgefahren. So. Ich glaube, ein Stück und andere. So. Ich denke mir, dass wir auch von hier aus dann... in diese Richtung... äh, dann die... ...wenn diesen Ausflug machen, ne? Um die neuen Sachen zu suchen. So. Ja. Ja. Ach Gott, mit der Hund ist, ne? Pflanzen wir euch mal rein. Hä? Die Schaden. Da haben wir Schaden von mir. So, komm her. Wo war das? Ach, guck, die Hund ist los. Ich drehe mich auch nicht um. Komm, ich geh mal hinten hin. Hm? Hundis. Moment, hin auf, komm her. Hundis. Komm, rein. Los, hier. Komm her, ja. Sitzt du, Fein? Ja. Komm rein, los. Komm. Komm rein. Ja, los. Kommt. Hm? Wollt ihr nicht? Hier ist der Papa. Hier ist er doch. Hey. Komm hier. Hier? Ja. In die. Hey. Hey. Hey, los. Komm rein. Ach. Was was? Ich geh schon mal. Komm, ich geh schon mal. Ich geh schon mal. Oh, ich bin das ja was. Kann ich schon schlafen? Ja, wunderbar. Ja. Ja. Oh, ich geh schon mal. So. Ja. 100,000. Und wo ist denn jetzt? Hm? Wie geht's denn jetzt? Wo ist denn jetzt? Ja, komm her! Oh, komm her. ja endlich so auch da in die Küche alter gehst du noch von der Küche runter hey Junge hey runter da hab ich da nicht drin ach stimmt hab ich da eingepackt ne so wo ist denn der jetzt hier komm hier los oh nee kannst du mal jetzt hier herkommen ach Junge mal auf die Karotten da raus zu schmeißen wir müssen da so ein jetzt nicht hin sag mal was hat er jetzt hier sonst nix ne weil ich alles dabei hab ne so crafting table dabei ähm das müssen wir machen ähm so Kompass so 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 noch was ihr die machen so und das wollen wir glaube ich nur noch hm 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 was hm hm ach so hm 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 das ist das ist ja blöd ja hab ich hier noch Papier da 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 muss das Ding so mit Papier sein das kann durchaus sein na schau mal so 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 hm hm hat ja eigentlich abgereicht ist er ah so war's die ist er leere Karte so die Papier kommen weg so so da irgendwas ist noch ach schön plötzlich wollte ich mir das nicht unbedingt mitnehmen und ich wollte ganz gerne hier auch ein bisschen was lassen so ja so machen wir ja wie es so geordnet aussieht äh 4 einmal äh 2 äh äh sonst irgendwas wo das was mit ihm ja ich weiß nicht ja ich weiß schon zwei macht die halt mit okay dann mal die karte mal nach hier wo ist ein super spitzhacke das ist die lange und die werden hier doch alle hier verballern und die sitzen dann machte paul sich mal los und guckt mal ob er das nicht